Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment Patched and World of Warcraft auf dem Privatserver Rising Gods Bei den Klippen Quellfällen Jawohl Wir nehmen uns mal das Kupfer mit Ein Leichnam, oh das tut mir aber leid Da haben sie hier oben mal einen kurzen Prozess gemacht Und Was sollen, was sollen wir hier noch machen? Na problem Das war hier unten Ja na, das machen wir gleich mal mit Hier angeln wir Ach ich weiß es nicht, es ist schon wieder eine kurze Weile her Ein paar Stunden Pause und ich weiß nicht mehr was ich gemacht habe Manu Außerdem sollten wir nicht hier irgendwo Ah, Dröhnenkiste Mist Die müssen wir Das hört jetzt aus, wenn hier irgendwas an der Seite fliegt, ne? Die müssen wir auf jeden Fall noch machen Das Zeugs da unten abgeben So So Probe Bekommen wir doch da unten am Wasserfall, oder? Ich weiß es nicht Werden wir gleich sehen Und Und Geronimops Klunk Genau Dann drücke ich einmal drauf Genau Ja Und Dann schwimmen wir Fix hier raus Feine Krebsbrocken Brauchen wir auch noch Schließkassetten Ach, das müssen wir ja alles noch machen Manu So viel zu tun So viel zu tun thv никто th e zen th t TactIC Ach, komm wir Aber jetzt Da Uh Sollten wir vielleicht mal umschwenken und nicht das hier permanent gestand wird Bing bwung bw Bing bwung bw So genau, da haben wir das. Hier gibt es nur einen Krebsbrocken. Ui, hier haben wir ja auch schon wieder alles voll. Kriecherfleisch, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Kriecherfleisch, jawoll. Feine Krebsbrocken, bestimmt später. Das können wir ja mal und so. Wille Ausdauer brauche ich mal alles unbedingt. Nun komm, habt schon mal nicht so. Und am Strand müssen wir ja auch mal langlaufen. Ich komme hier völlig durcheinander, genau das Zeugs hier zusammensammeln. Nein, es gibt wieder EP, das kann nicht sein. So, was? Ihr sollt doch aber tropfen, tropfen und so. Ja, der war ein 20er Mob. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So viel wollte ich doch gar nicht machen. Gehen wir hier unten noch weiter runter. Jo. Da werden doch die Mops vielleicht ein bisschen kleiner. Ne, risierende. La Perla. So, wir wollten hier sowieso hier runter. Wir wollten das da abgeben. Hhm. Hm. Kommt ihr auch, jawoll. Das ist doch. Ah, nenehm, damit ich nicht so viel level, bing, 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 bing bäf. Genau, und da geht es weiter, bing, 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 bäf, genau. Soll ich das schon wieder? Jawoll, da seh ich schon wieder Erz durch. Muiiii! Öliges Schwarzmaul. Die lassen sich auch gut verkaufen, als kleiner Tipp, so aus dem Hintergrund. Wie ist das? Wir haben ja schon Sechse. So, jetzt reiten wir Gafix. Ach, das deckt ja nicht. Da war ja was. Hier die Abkürzung durch. Die nehme ich jetzt noch nicht mit. Das machen wir einmal von unten nach oben alle durch. Also von Auvergine aus, von Auvergine aus, einmal nach oben, einmal nach unten. Dann geben wir die alle im Schwab ab und damit haben wir das abgehackt. Genau, abgehackt. Was ich jetzt machen will, ist zur Dröhnkiste. Damit wir dann damit auch weitermachen können mit den Katzen. Da kommt als Folge dann die Katzenquast. Schöne. So, bitteschön, dankeschön. Der Mondpurscherfangszene. Und wir reiten jetzt mal da hin. Das gibt's denn hier? Achso, die Mondpurscherfangszene schon. Hier oben mit. Da müssen wir dann sowieso weitermachen. Wollte ich kurz sagen, dann auch da unten. Hier oben sollen wir die Bashal Aran-Quest abgeben. Hier oben stehen. Genau, der Typ hier im Pavillon. Ne? Steht der Raumbopp wieder hier? Ne? 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 Aber da können ja auch unten mehr unten stehen. Stehen, ne? So, dann fragen wir den hier mal. Was ist Fragen? Hier, wir geben ab. Zwei Silber auf 85. Das brauchen wir nicht. Drei Silber auf 80. Nehmen wir mit. Und... Reiten... Naja, Quantensprung lohnt sich nicht, ne? Das Kupfer lassen wir mal stehen. Wie gesagt, wenn ich das brauche, hol ich mir das. Ich weiß, wo es ist. Du weißt es auch. Westphal habe ich hier gezeigt. Wir reiten jetzt nach Aubergine. Aubergine. Geben dort die ganzen Quests ab. Und dann reiten wir mal. Ja, wir gucken mal, was wir noch in Folgequests kriegen. Ein paar Sachen hier fehlen noch. Wir müssen auf jeden Fall mal mit allen Quatschen, wo wir was abgeben sollen. Wie gesagt, mir fehlt da eine ganz bestimmte Quest mit dem Zeugs hier drüben. Nicht die. Nein, auch nicht die andere. Genau die da. Mit dem dicken Pulli an, Mann. Genau. Du weißt, was ich meine. Was? Zwei Silber 11, drei Silber 18. Jeb, Herr. Ich hab mit dir schon gequatscht, jawohl. Einverörter Meister, das ist unten. Hm. Schildwache? Nee. Hier oben? Nee. Spring runter. Jawohl. Ähm, Munition könnten wir auch mal wieder bauen, wie ich das hier so sehe. Ähm. Jut und selbst. Ja. Nee. Bergbau leer. Nein. Ja, hier. Schmiedekunst. Nur um zu retten nebenbei. Kriecherklaue. Hat man noch nicht, ne? Als Koch. Hm. Wies nicht. Gekochte Muscheln. Nein. Dann machen wir da oben die Muschelsuppe. Wieso können wir hier nur... Achso, wenn wir noch viel Wasser haben. Das haben wir auch hier oben. Das brauchen wir ja dann gar nicht mehr. Was trinken wir? Milch. Das ist auch richtig. Aber Milch müssen wir auch mal wieder nachkaufen, wie ich das so hier sehe. Nein. Nein. Ja, doch. Warum? So, 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 wie, so, wie, so. Mögen eure Reisen sicher sein. Danke. Gleichfalls. Und putz dir die Nase. Warum? Weiß ich nicht. Ist mir gerade so eingefallen. Ich habe nur Blödsinn in mir Schädel. Das weißt du ja. Und davon gar reichlich. Ich schnur und fort bin ich. Genau. Was ist denn jetzt schon wieder? Leere Säuberungsschale. Aha. Füllt die Schale am Mondbrunnen. Das sollte ich vielleicht nicht vergessen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir gleich. Sonst habe ich's. Was? Worum ging's? Achso. Ja genau. Hier. Ja, du brüllst im See und füllst damit die Säuberungsschale. Aha. Ich spüre Gefahr. Das ist auch der rote Kristall. Die tippe ich durch. Was ist denn mit euch? Hat man euch angezündet? Ihr rennt zu schnell. vlogen gehen. Obst du das da oben? trin? Was gibt's jetzt hier noch? Ach hier Stand ja einer. Ach der tut mir Leid du bist so, denen du konntest dich da hinter dem Ding verstecken. Ja. Hab dich nicht gesehen. Mann Schwachkopf! Oh, im Hallen! Ja, machen wir! Ähm, was ist denn das? Kuba Klo? Hier unten, oder? Jürgen, hier unten! Wie geht's? Spitz auf uns selbst! Vier Silber! Nein! Das war ein falsches! Minusgeschäft! Bah, Schwachkopf! Ich, Schwachkopf! Ja, und hier, und... Bisschen wenig Munition, ne? Nur 3200 Schuss! Gut, solange ich damit nicht in eine Instanz hopse! Ähm... Hm... Ich wollte Mondbörscherfang zahlen! Altmeister befreien! Ha! Feiner Mondbörscherpelz! Die Tropen, das nehme ich auch! Eigentlich! Hm... Hm... Ähm... Ja, dann können wir... Raus reiten! Holen uns das alles am Strand bis da hoch! Mondbörscherfang zahlen! Machen wir damit mit! Wir finden auch noch vorher den Kristall! Den wissen wir ja schon wo er ist! Genau, da reiten wir mal fix hin! Ähm... Doppel, Dribbel Modus! So, die Leder sind wir auch schon! Da oben sollen wir den entdecken! Da reicht glaube ich einfach nur durchreiten! Juhel! Wir haben es geschafft! Ähm... Ähm... Die nehme ich noch nicht mit! Die Mondbörscher... Blüps! Die Tropen hier unterirdisch! Hier vorne bei den kleinen... Bäh! Die Zweige im Gesicht und im Mund! Bäh! Das schmeckt nicht! Tannennadeln gab es doch gestern erst! Ja... Als Eintopf! Tannennadel-Eintopf! Kennste? Lecker! Wenn man es richtig macht! Genau! Noch ein bisschen Zitrone dran! Und... Ähm... Ja... Noch andere Silumpe und... Bach! Ja... Das hatten wir schon das Thema! Ich habe nur Blödsinn im Schädel! Also ich kann kochen! Sogar gut! Äh... Sagt meine Frau auch! Genau! Sie kann auch gut kochen! Aber mehr vor Wut! Das ist was anderes wie gut! Ja... Da musste mal Sari fragen! Die kann ja den Unterschied bestimmt besser erläutern! Jawoll! Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen! Das macht nichts! Wir reiten vor zum Strand! Und... Genau! Sonnen uns dort und grillen! Kasten Bier haben wir ja hinten irgendwo eingepackt! Nein! Haben wir nicht! Also alkoholfreies Bier natürlich! Kennst du uns ja! Äh... Apropos... Zwergi und... Ne... Hatten wir ja auch schon lange nicht mehr! Sag mal... Hatten wir nicht mal... Flasche Pinot... Angefallen? Nö! Ach doch! Ich habe ja den Rest aus der Bank geholt... Äh... Aus der Post geholt! Danke nochmal... Für das leckere Zeugs! Schwimmende Trümmer braucht man nicht mehr! Ja! Das hätten wir schon gezeigt! Da gibt es Leder draus! Falls du dich wundern solltest! Warum ich das gesagt habe! Ja! Man kann ja nicht alle Berufe haben! Beim Ingenieur ist es manchmal schwer an sowas ranzukommen! Ja! Sitze mal ab! Das sieht afficher aus! Und wir holen jetzt hier auch noch die Geld... Truh... hin! Ähm... Konnte man doch? Nicht mal unten rein! Mich! Du hast mich gerochen! Als... Dreizehner! Halt ich für ein Gericht! Oder du stehst nicht an der Stelle wo du sein sollst! Das könnte auch sein! Dann hol ich den da! Dann machen wir es uns ein bisschen leichter! Ja! So! Das ist jetzt alles nicht mehr so schlimm wie es normal war! Ja! Es ist ja jetzt überdoppelte... Ui! Ähm... Überdoppelten Arten! Äh... Früher musstest du mindestens 3-4 mal hier auftauchen bevor du überhaupt alle Mops weg hattest! Und dann kam hier einer lang geschwommen, hat Danke geschrieben und hat hier hinten gelootet! Genau! Hä? Bis die Kiste wieder da war war Riesbohnen doch zu den ganzen Mist nochmal machen! Miebiii! Juuu! Genau! So! Da haben wir die... Wisst ihr? Wo? Wo? Ja? Das... Finde ich jetzt auch nicht witzig! Hier sind nur die gezogen! Schweinerei! Das können ja ja auch nicht sein und so! Ähm... Komm! Ja! Kitty kennt keine Texturen! Das ist... Da müssen wir nochmal miteinander reden, Kitty! Das geht so nicht! Das können wir so nicht gut heißen! Dann schwimmen wir hier mal weiter! Könnte es sein, dass ich noch gar nicht aufgetaucht bin wieder! Juuu! 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 Sollte ich vielleicht? Wir haben nur noch ein Drittel Luft! Mieb! Ähm... Ich frag mich grad auch, wo hier die Kiste ist! Der hinten! Den müssen wir aber unten lang! Ach! Das schaffen wir bestimmt! Kitty kümmert sich so lange um den Mob! Ich loote hier hinten schon mal! Das ging früher auch mal von draußen! Da konnte man abkürzen! Da musste man nicht hier drinnen durchschwimmen! Aber wir machen das natürlich, Kitty, Beifuß, ordentlichst! Nicht so durch die Textur backen! Das gefällt mir nicht! Das mag ich nicht! Juuu! Da haben wir wieder Luft! Das war die... Drö... Kiste! Hm... Ich hab mich ablenken lassen, siehste! Das geht so schon wieder... Ja, nicht! Gar nicht gedacht, dass die so früh schon anfangen hier mit den... Ja, man muss nicht alle Quests mitnehmen! Aber wenn sich's anbietet, schon! Es gibt da so einen schönen Erfolg! Meister der Lehren! Und ich hätte ihn gerne auf dieser Seite auch! Also mit diesem Let's Pleasure! Auf der anderen Seite sind wir kurz davor! Hm? Auf der anderen Seite, da sind wir ja schon bei Folge 501! Ja, ja! Röööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Oh, da haben wir schon mal ins Deck voll. Krass. Ähm, was brauchen wir hier noch? Die verderbten Schwarzfälle. Das machen wir auf dem Rückweg. Jo, 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 jo. Denn jetzt schnappen wir uns mal hier alle aus dem Norden. Und in der nächsten Folge alle aus dem Süden. Das werden wir diese Runde nicht mehr schaffen. Mist, Mist, Mist. Sowas hätte ich gerne mal in einer Runde gezeigt. Aber das wird nicht funktionieren. Genau, das wird nicht funktionieren. Da müssen sie auch nicht übers Knie brechen. Nö, dann nehmen wir die Wade, genau. Mö, das ist alles, 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 alles. Geeks. Ihr könnt ja nochmal geeksen. Genau, so. Ja, komm hier. Ja, schnebel, schnebel, schnebel. Okay, die macht blub blub. So, und so. Und Schippie. Die Hämme, diehde. Die Hämme, diehde. Und hier kriegen wir die, diehde. Jo. Dann machen wir das halt so. Die kommt da hin, das machen wir wieder auf. Und dann haben wir da auch noch ein Netz. Und, jo. Weiter geht's. Am Strande lang. Wie weit sind wir denn schon? Nee. Wie viel Quiz haben wir denn noch? Na ja. 18 von 25. Das passt. Au. Schneekel, schneekel. Überall Erzkerner will das haben. Ja gut, bei Nachtelfen, ne. Macht selten jemand Bergbau. Weil du das ja auf dem Baum erst mal gar nicht lernen kannst. Oder ausüben kannst. Jo. Weiter geht's. Am Strande lang. Nüt, 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 nüt. Hier haben wir wieder so eine Schildi. Und einen Haufen Erz rundherum. Ich hätte wohl hier formen sollen. Nee, nee, Westfall ist doch schon besser. Nimm einen Mann. Genau. Uff jetzt. Oh, dat ist auch fein. Das ist auch eine schöne Quest. Die kriegen wir gleich. Aber wir können ja auch mal die Chancen nutzen. Und genau, ich werde hier gerade angeblinkt. Und da haben wir hier noch eine schöne Aussicht auf den Kindlich. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patched and World of K. Auf dem Privat-Zuva Rising Goats. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssigowski.